Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Mr. Prepper. Willkommen zurück. Weiter geht's. Ich habe jetzt überlegt, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen, wir haben jetzt so viel Kohle, wir müssen jetzt unbedingt die Werte von unseren Leuten mal erhöhen. Oh, ich hab... Oh, da ist Zucker! Oh, da ist Zucker! Dann hat sich das also gelohnt. Machen wir mal... Dann haben wir mal drei Zucker, dann haben wir mal drei Zucker. Dann können wir mal ein bisschen was machen und... Warum nicht? Gekauft. Dann können wir die Queste nicht weitermachen. Ich wollen doch in den Wald gehen heute. Wir gehen in den Wald! Oh, das... Oh Gott. Ich steh wieder rein. Muss der mit ihr reden? Das ist die Frage. Ich steh dich ab, du leute Kuh! Nachbar, wie geht's Ihnen? Hi. Hier leuchtet auch so. Was für ein wunderschöner Tag! Also weißer geht's gar nicht, ja? Hm. Ja, natürlich glaube ich. Blablabla. Müsst du das nächste Mal? Okay, ja, ja. Ah. Komisch. Ja, ja, die spioniert doch hier. Die geht in das Haus und... Vielleicht ist sie auch nicht in mich verliebt. Das kann auch sein, aber die sieht halt so... Desperate Housewife. Wie kommen wir hier aus? Hier mit dem Helm und dem Messer? Ich meine... Hehe. Äh... Äh... Okay. Also... Wir wollen... Wasser essen und dann geht's los. Wir müssen kurz noch gucken, wie es, äh... Das ist Ersatz. Gehen wir kurz runter. Äh... Wollen wir mal kurz nichts anbauen? Mal kurz warten oder... Nee, ne? Wir gehen jetzt direkt in den Wald. Ein Ersatz. Wir sind ausgeschlafen. Da kommt eine Lieferung. Das können wir gleich machen. Wir müssen jetzt erstmal den Wald fertig erkunden. Endlich. Ich hätte doch direkt zu ihr gehen können. Dann bin ich ja direkt... Äh, ne, ne. Ist ja auch blöd. Das können wir eigentlich wieder mitnehmen. Aber ich lass es mal hier. Warte, wir haben noch einen Kühler. Äh, äh, äh. Ähm, Level 3. Äh, äh, äh. Alter, ich hab außersehend Bilder gesehen vom Spiel. Oh, ich bin jetzt sowas von gespoilert. Es war ein Versehen. Ich wollte halt, äh, nach... Nach Patch Notes gucken oder so. Da wurden leider Bilder ge... Äh, geteilt von... Naja, was soll ich sagen? Der ist so in der Wüste mit dem Auto und so. Ich frag mich. Ist das fake? Ist das richtig? Oh Gott! Ich mein, anscheinend können wir noch mit dem Auto rumkurven oder so vielleicht. Ich mein, aber Prepper heißt ja vorbereiten. Nicht, dass wir mit dem Auto irgendwie... Vielleicht kann man das extra machen, ja? Irgendwie woanders Zeug looten. Außenrum, aber... Ich meine, hier ist alles grün. Wie kann das denn schon in so einer Wüste sein? Naja, wir werden's sehen. Ja? Nicht spoilern! Balzt für euch! Wir werden irgendwann... Wir werden's rausfinden. Deswegen muss... Das kann ich nicht mitnehmen, ne? Ja, blablabla. Ja, den machen wir noch. Sehr gut, jetzt kommt auch das Wolf durch mich, wenn's überhaupt was gibt. Nö. Nö! Smoothies. Schmutzies. Schmutzige. Schmutzige. Schmutzige Smoothies. Geht's weiter. Gucken wir mal, ob hier alles durch ist. Es fehlt so'n Schnellscroller. Ich hab keinen, ja? Wir machen den auch noch. Ich weiß ja nicht. Vielleicht soll ich ja alle platt machen. Nimm das! Das tut mir schon ein bisschen leid. Ich renne zu dem armen Wolf. Denkst du... Oh! Guck mal, lieber Mensch! Komm, wir wollen mit ihm befreundet sein! Huah! Hehe! Nimm das! Okay, so. Entschuldigung. Ich bin... Okay. So. Danger, danger. Danger Zone. Wie sieht's aus mit Gewicht? 59. Kann ich nimm noch ein Holz mit? Ach egal, komm. Ich kann sie aber droppen wenn... Ah ne, das geht ja gar nicht, ne? Doch, ich kann sie wegwerfen. Aber das ist ja auch blöd. Aha. Level 3 von 6. Hier waren wir, glaube ich, schon. Wo ist das mit dem Baum? Hier ist das. Okay. Okay, jetzt kommen Wölfe, ne? Ja, war klar. Okay, los geht's. Den nächsten bitte. Lange lebe das besser, aber wir haben nicht mehr viel. Einer hängt fest. Das ist nicht so toll. Ja, komm raus. Das ist natürlich jetzt sehr fatal, aha. Hä? 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 Versteh ich nicht. Hä? Hä? Habe ich da drauf gedrückt? Boah, Alter. Wie viele Messer? Drei Stück? Und der neue Hebel. Also kommen wir doch noch in die nächste Area, ja? Also. Die hab ich ja letzte Folge schon gesehen. Ich wollte gestern sagen. Es war auch gestern, aber. Also. Finden wir die Prepperfrau noch eine Ebene höher. Können wir das mitnehmen? Gehen wir nach Hause. Äh. Äh. Warte. Wir gehen mal kurz an den Anfang. Ich will wissen, was wir brauchen. Steht doch nichts mit reparieren, oder? Höher. Ne. Wir kommen nicht höher. Ach. Wo ist denn diese blöde Prepper alte? Preps Area. Ja. Aber. Mann. Jetzt hab ich mich echt. Wir müssen erstmal weitermachen. So. Jetzt machen wir erstmal das mit dem Zucker. Dann haben wir das endlich mal. Wir werden es jetzt sehen. Unerliche Plantage. Bobsjacke. Und Minuteman. Dankeschön. Ich muss überladen. Machen wir erstmal Holz. Holzer. Buvere. Boah. Ich hab so einen richtig ekelhaften Energydrink. So ohne Zucker und so. Aber ich hab in letzter Zeit zu viel davon gesoffen. Deswegen. Zuckerentwöhnung. Guaranasamen. Ah. Achja. Die brauchen ja sowieso. Was machen wir eigentlich mit den Fellen? Gar nichts. Okay. Machen wir vielleicht noch irgendwann mal was. Es regnet schon wieder. Sollen wir noch einen Eimer machen? Ne. Es kostet Metall. Das brauch ich bestimmt noch. Ist eigentlich alles fertig? Hm. Warte. Wir tun mal. Das alles verarbeiten. Altpapier. Vesposchläger. Benzin. Deine Vorbereitung ist niedrig. Okay. Schlafen. Oder ein Nickerchen. Machen wir erstmal ein Nickerchen. Vielleicht krieg ich ja noch irgendwas gebacken. Ja. Ja. Ich weiß das doch. Wir müssen mal Guaranas anpflanzen gehen. Ach. Warte mal. Was ich vor grad sagen. Warten sie! Da können wir direkt drei anpflanzen. Ich sollte aber acht. Acht Samen anpflanzen. Aber das glaub ich doch gar nicht. So. Ach nein. So. Mal schnell in den Kühlschrank. Zucker musst du eigentlich gar nicht rein. Ah. Geh doch gar nicht. Warte mal kurz. Wir gehen schlafen. Oh Post. Ach ja. Schlafen. Okay. Oh nein. Der kommt heute. Ist heute das Wasser abgestellt. ne. Weil ich hab ja genug Wasser. Oh. Die Eimer muss ich ja machen. Nicht dass die jetzt irgendwie. Das war blöd. Verdampfen oder so. Verdampfus Eimerus. Verdampfus Eimerus. Aha. So. Der kommt heute. Okay. Wasser darf ich nicht anrühren. Das kann bleiben. So. Alles klar. Federn. 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 Zack. 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 Zucker. Wasser. Warte mal. Vielleicht brauche ich das zum Kochen. Ähm. Habe ich noch Blaubeeren? Ne. Ich brauche. Was wollte ich denn haben? Blaubeermarmelade. Blaubeermarmelade. Zehn Stück. Meine Güte. Zwölf Uhr kommt der, ja? Vielleicht schaffe ich es ja noch. Zehn Stück. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Meins hätte ich gucken können. Vier. Wo diese blöde Tante ist. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Aber es macht ja nichts. Werden wir noch finden. Jetzt war der da. Wetten. Ah. Ah. Okay. Ich muss. Das mit meinem Inventar packen. Weg. Ausziehen. Wir brauchen drei Messer dabei. Ich weiß ja nicht. Ähm. Jägerin. Da ist sie. Siehste. So einfach ist das. Was. Komm. Ich kann die Federn und alles verkaufen. Und die Felle. Alter. Kohle. Und wir können Bait kaufen. Das ist auch gut. Und Gourmet. Und Gourmet. Salz. Kochbuch eins. Und ne. Schuka wollen wir behalten. Sehr gut. Sehr gut. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Ja. So. Wir machen unten noch den Strom aus. Oder? Ne. Lieber nicht. Die brauchen ja ein bisschen Licht. Okay. Das ist gut. Dann decken wir mal zu. Ich weiß nicht ob ich die. Die Eimer durfte ich aber behalten. Das sind einfach nur kleine süße Regeneimer. Sicher. Von zwei. Menge. Warum ist der. Der Herd eigentlich suspicious. Vor allem ging es schon in dieser Kategorie. Nein. Oh Gott. Das wärs jetzt gewesen. Alter. Wir haben hier noch so viel Wasser. Ja. Steht im Regen du blöde Kuh. Da ist er. Mann. Er guckt jetzt sogar in die Schränke rein. Ach du Scheiße. Oh shit. Oh shit. Alles klar. Und der hat mir ins Inventar geguckt oder? Zu viel Kontrollinstruktion. Lol. Okay. Lass uns weg. Das. Das. Das müssen wir neu machen. Okay. Scheiße. Ich hab dann verloren. Ne. Ich meine jetzt muss ich wirklich aufpassen. das. Ich muss versuchen das hier neu zu bauen. Okay. Alles klar. Alles muss in den Keller. Als erstes müssen wir. Es kommt alles in den Keller. Okay. Wir müssen uns jetzt erstmal darum kümmern. Wir bauen jetzt erstmal noch eine Kiste. Und gucken ob ich das Radio. Ich brauche noch ein Elektronik. Dann bauen wir das Radio einfach neu. Und das war ja egal mit den Eimern. Das war dem anscheinend egal. Wasser benutzen wir jetzt oben nicht mehr. Okay. Es wird interessant. Und spannend. Wir kommen voran. Ja. Ich muss nicht gleich machen. Ich weiß. Machen wir es mal kurz. Es kommt aber. Hier. Hier ist das erstmal unser Lagerraum glaube ich. Unser dunkle Raum. Ach das sind die. Genau das sind die Fässer. Ist mir egal. Da kommt alles rein. Ich weiß nicht ob ich das brauche um noch ins nächste Level zu kommen. Für die Mine. Aber die Zugangskarten hat er doch gar nicht gesehen. Ich werde es ja gleich sehen. So das raus. Das muss mit. Dann. Das hat er gesehen gehabt. Ne. Das ist mir egal. Das kommt alles. Das wird er bestimmt auch beanstanden. Mit dem Essen werden wir ihn bestimmt auch beanstanden. Ich kann doch noch ba... Warum kann ich noch eine machen? Ich habe doch nur 10 gesammelt. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Der 4 brauche ich dafür. Mein Kochbuch ist ja auch schon da. Ne. Ich mache mir unten eine Küche rein. Scheiß drauf. Ich koche dann hier unten. Das ist mir doch zu doof. Echt. Jetzt machen wir hier mal weiter. Ah. Es wird dunkel. Äh. Ich meine. Zu spät. Okay. Wir haben alles reingeholt. Warte mal. Das Kochbuch. Habe ich das? Ach egal. Wir gehen erstmal schlafen. Meine Güte. Übel oder? Das war wohl jetzt ein kurzer Tag. Guck mal. Der kommt direkt nochmal. Also jetzt. Okay. Jetzt muss ich aber heute Elektronik mir besorgen. Oh. Das wird was. Die Beta habe ich rausgenommen. Lupen rein mal. Ist mein neuer Name. Jetzt muss ich mir irgendwo anders Elektronik ähm. Das ist so ein Problem. Plastik. Elektronik jetzt zu bekommen. Elektronik. Ist immer nur verkaufen. Boah. Wo kriege ich jetzt Elektronik her? Lass ich. Ich muss gut überlegen. Elektronik. Elektronik. Habe ich hier noch? Habe ich das noch? Plastik. Oh Mann. Das ist nicht gut. Oh Mann. Okay. Elektronik. Elektronik. Das wird lustig werden. Damit kannst du auch kein Problem geben, oder? Ja. Nein. Ich habe das Wasser genommen. Ich trockte. Oh. Das wollte ich doch gar nicht. Ich will nur nochmal überprüfen. Okay. Steinsalz. Glas. Kann man in die Mine gehen zu dem Typen? Ich meine da irgendwie... überhandeln benötigt. Okay. Sekunde. Ich muss überlegen. Boah. Waffen. Schusswaffen. Meine Güte. So Marmelade. Will der nicht mehr, ne? Gut. Kann man behalten. Kisten. Nein. Ich habe schon alles weggeräumt. Ist nur noch das Radio, was Problem ist. Pupupupu. Okay. Gucken wir mal, ob wir überhaupt den Faschow benutzen dürfen ohne... Ich finde es blöd, die Keykarten immer mit rumzuschleppen. Ich meine, ich habe sie einmal benutzt. Sollte reichen. Kann ja sein, dass ich sonst noch irgendwo Kisten finde. Guck mal, er läuft immer noch! LOL, Reichtum? Schon zu schwer, ja, ist klar. Äh, ne, hier ist nicht sein Eingang, warte mal. Was ist hier? Ach, hier ist noch einer. Ach so, und der untere ist wahrscheinlich besser. Ach so. So. Pass auf, Freundchen, ich brauche deinen Computer. Nehmen. Der Weg ist versperrt, ne toll. Ja, deine Jacke. Ich habe sie aber noch nicht gefunden, ich muss die mal suchen. Puh, scheiße. Mann, das ist ein Problem. Das seltenste Problem. Nein, der muss ich hier finden, vielleicht. Elektronik, Elektronik. Kann doch nicht so schwer sein. Oh. Ich habe jetzt keine Zeit, hier durch die Minen zu eiern. Ich bin ein bisschen am Bammeln. Lass mich mal überlegen, lass mich mal überlegen. Irgendwann können wir es wahrscheinlich kaufen. Aber wie gesagt, ich muss es mit den Typen handeln. Okay, pass auf, wir schmelzen jetzt erstmal ein bisschen ein, ja? So, so. Zack, 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 zack. Trockner. Ja, Generator, Trockner ist die Frage. Finde Bobs Jacke, pflanze Aquana-Samen. Fallout Protection. Was ihr beim Okulianangriff wissen und tun müsst. Ich habe doch ein paar Bücher gekauft. Habe ich die automatisch jetzt gelernt? Wahrscheinlich nicht. Guck mal, ich habe das Kochding geholt. Aber ich sehe nichts, nichts Neues. Wundert mich gerade. Funktioniert das vielleicht gar nicht? Vielleicht funktioniert es nicht bei dem Kochdingens? Das macht alles nur schneller. Vielleicht kann ich Elektro-Teile herstellen selber, aber glaube ich nicht. Oh, Blaubeermarmelade. Exotische Kü... Köder, Küken wollte ich sagen. Exotische Küken. Hm, jetzt bin ich am überlegen. Jetzt wird es schwer. Ich kann hier Treibstoff in das Ding rankippen, ne? Kraftstoff-Fass. Ach, das ist Kochbuch. Lesen, siehst du? Ich wusste es doch. Und was heißt das? Das muss ich also kochen, um es zu lernen. Ah, guck mal, so richtig haltbares Kimmich. Marinierter Mais. Boah, Alter. Hui, Hui, Hui. Energy Drink. Drei Guarana. Ah, ja, okay. Das ist gut. Pilzsuppe. Cotton Pastete. Okay, das ist gut zu wissen. Jetzt wissen wir mal, dass das da ist. Okay, das ist Altpapier. Das können wir verscherbeln. Ähm. Mein Gott, ey. Ich müsste das Level hochkriegen, weil hier müsste ich Elektrizität holen können. Äh, Stein, Glas. Wir gucken mal. Okay. Stein, Glas. Stein. Wo ist denn noch Glas? Hab ich alles verscherbelt? Ne, ich hab doch Glas letztens verkaufen können. Aber ich weiß, dass ich es irgendwo hatte. Ja, wo hab ich denn das Glas hingetan? Hab ich es verkauft? Erde. Ja, okay. Weg damit. Steine finden wir zu Genüge. Könnten wir was kaufen, aber das wär ja auch blöd. Aber wir könnten ein paar Lampen kaufen. Zwei Stück. Oh Mann. Wir sind aber schon bei Level 3, ja? Boah, jetzt bin ich am Überlegen. Wer kommt morgen? Oh Mann, oh Gott. Ich hoffe, wir überleben das. Ja, bringen wir das mal runter. Ich muss das ja jetzt nicht irgendwie. Nein, nicht hier. Ich kann jetzt nicht auf Toffel kommen, aber ich muss das Radio neu machen. Also was wir machen können... Nein! Nicht ohnmächtig werden! Oh Gott! Oh Gott! Sichere Mängel? Null. Ist das gut oder schlecht? Nicht, dass wir den verpennen. Ich darf bestimmt auch nicht so viel Geld dabei haben oder so. Zeitung. Ah, das Übliche. Eier, Salz. Was können wir denn verkaufen? Guck mal, Kimmich, 1950 für Omelette. Essiggurken, 55. Das wäre eigentlich eine Idee, Essiggurken zu machen. Ich könnte halt noch mehr, ähm... Lord, was ist das denn? Energieriegel. Ich könnte auch einfach weiter Kisten kaufen. Um sein Level hochzukriegen. Guck mal, wie viel das bringt. Ich weiß ja nicht, ob auf Level 4 das was macht. Äh. Das ist zugedeckt. So, mal warten. Bringt's aber auch nicht. Müssen wir unten mal Wasser mal reinmachen. Seh ich gerade. Aufdecken. Ich könnte auch die Leiter einfach nehmen. Dann gäbe's nämlich gar keine Luke. den Boden wieder zu... äh... betonieren. Dankeschön. Ich frage, ob ich das, äh, auch haben darf. Ich werde den Werktisch bauen. Das wäre auf jeden Fall schon mal eine gute Idee als nächstes. Jetzt haben wir 15. Denn, der nächste braucht... 30. Hier unten haben wir... Jetzt haben wir... 35. 30 Glas! Da sind wir ja noch gar nicht. Ich brauche den Ofen, glaube ich, ne? Damit können wir bestimmt irgendwas... äh, den, äh, den Trockner vielleicht. Ne, wäre der auch blöd. Früchte oder Gemüse zu trocknen. Steine oder Eisenerz? Was ist denn, wenn ich Stein da rein tue? Was kommt denn, wenn der Stein rein ist? Stein rein ist. Ah, er kommt. Für mal das Beste. Also... Ich hab nicht gesehen, dass der bei mir die Schränke aufgemacht hat. Oh, ist gesunken! Gott sei Dank. Okay, uns geht's wieder gut. Okay, Leute. Dann höre ich erstmal hier auf. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge. Beim wunderschönen... Oh Gott, die blöde Tante wieder. Mr. Prepper. Und ich gucke jetzt mal, wie wir hier, ähm... Elektronik bekommen, aber ist jetzt auch nicht so wichtig, ja? Glas, zum Beispiel. Dann braucht das da unten noch? Das braucht noch. Na, warte, vielleicht warten wir das noch ab, oder? Wie wär's? Ach, komm. Wir machen den Tag jetzt noch zu Ende. Das ist sonst blöd. Weil ich kann so nicht abspeichern. Das ist halt ein bisschen doof. Ich könnte mal den exotischen Köhler... Ich... Glas müsste ich halt kaufen. Gläser. Hab ich nicht irgendwo Gläser gesehen, die ich kaufen kann? Noch nicht. Schon blöd. Ich müsste dem seine scheiß Jacke finden. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht machen. Wir suchen seine Jacke. Das wird dem Pflanze-Ach-Guarana-Samen an. Müssen wir auch mal machen. Machen wir einfach mal die Quests. Dann werden wir ja schon sehen, wie es weitergeht. Das mit dem Glas können wir dann peu a peu ansammeln. Wir könnten noch so eine Lampe bauen. Dann machen wir zwei davon. Dann sollte alles noch besser wachsen. So, was hat's jetzt gebracht? Ach, das macht Glas! Oh, das hab ich mir schon irgendwie gedacht, ne? Okay, Stein. Ich dachte, ich muss jetzt Quarz sein. Oder so finden. Oh Mann. Gut, dann haben wir das Problem auch gelöst. Dann müssen wir aber nochmal in die Mine, bevor es zu spät ist. Ich nehm das Benzin mit. Warte mal. Man sollte immer zehn Jahre, bis wir da sind. Los, los, los. Ich will hier nicht in Ohnmacht fallen. Nein, nein, nicht runter. Ebene zwei. Nehmen wir unsere Spitzhackers jetzt mal wieder mit. Und dann gehen wir ganz viel hacken. Ich kann mal die obenen Ebenen nochmal leer machen. Ich glaube, hier ist, ich glaube, hier ist größtenteils Metall. Aber Stein finden wir ja sowieso überall zu genüge. Gehen wir nochmal oben gucken. Und dann müssen wir schnell nach Hause schlafen gehen. Alte Bachmine. Geil, hier ist Stein. Sehr gut. Und so, etc. Guck mal, da ist ein Pilz. Wir müssen ja sowieso nochmal wiederkommen. Alles klar. Endentranze. Okay, es läuft, es läuft, es läuft. Ja? Ich glaube, wir sind gut dabei. Ich bin ja immer noch im Rausfeld, wie das Spiel so funktioniert. Ich will ja nicht verlieren mit wegen dem Typen. Aber das sollte jetzt safe sein. Ich glaube, der kann nicht mehr kamellen. Es sei denn, er wird schwerer. Es sei denn, er macht irgendwie... Jetzt musst du hier Briefe schreiben. Oder so. Du bist arbeitslos, schreib 300 Bewerbungen. Innerhalb von einer Woche. Oder so. Ähm. Dampfgenatter. Nein, wir müssen warten. Ich darf mich jetzt nicht hinreinziehen lassen. Zum... Oh, oh. Ja, wir machen sofort. Und schlafen gehen. Oh, man ist dort. Ey, guck mal. Fast nur 20 Minuten, bis der im Bett ist, oder? Was ist das? Kein Briefträger. Aber guck mal, die Zeit wird wieder länger. Wo er kommt. Das ist gut. Guck mal, hier war es einfach ein Tag. Krass, oder? Puh. Also, es wird immer besser. Wir werden sehen. Ja, wir haben ja limitiert Content wegen der Beta. Ich bin gespannt, wann der Rest freigestanden wird. Aber das ist ja einiges. Einiges. Okay, liebe Leute. Ich höre auf. Nächste Folge suchen wir eine Jacke. Und ich mache noch ein paar Beete für mehr Guarana. Und bis dahin, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.